Ich könnte mir wohl von einigen Seiten viel Applaus abholen, würde ich jetzt hier schreien, EA ist das schlimmste Unternehmen aller Zeiten und alle Manager dort sollten geteert, gefedert und aus der Stadt gejagt werden. Ja, Electronic Arts zu hassen, ist in den letzten Jahren modern. Eigentlich schon eine ganz schön lange Zeit. Inklusive mehrmaliger Auszeichnung im Rahmen des jährlich vergebenen Spottpreises als schlimmstes Unternehmen der USA. So weit will ich aber keineswegs gehen. EA, die schlimmste Firma überhaupt? Das ist dann doch massiv übertrieben. Und da muss man gar nicht erst Waffenhersteller oder Medikamente-Lobbyisten zum Vergleich hernehmen. EA hat bei aller Kritik nüchtern betrachtet auch viel richtig gemacht. Gute Spiele veröffentlicht, Indie-Teams zur Aufmerksamkeit verholfen, die sie sonst niemals bekommen hätten und diese offenbar auch sehr anständig behandelt. Das ist aber natürlich nur eine Seite der Medaille, denn von nichts kommt nichts. Und den angestauten Groll vieler Fans hat sich das Unternehmen natürlich auch hart erarbeitet. So viel ist klar. Electronic Arts ist nicht euer Freund. Wie jede Firma will man Geld verdienen. Nur aus diesem Grund werden auch scheinbar selbstlose Entscheidungen getroffen. Guter Ruf bringt gutes Geld. Und auch Sympathieträger wie Nintendo oder bis vor kurzem CD Projekt Red agieren da nicht anders. Electronic Arts hat diesen Weg aber lange Zeit nicht bestritten. Klar, Spieler wurden mit Goodies und für sie interessanten Spielen verwöhnt. Schon relativ früh machte man sich aber einen Ruf als der Publisher, der Studios schließt. Gerne mal solche, die beliebte Reihen entwickelt hatten und erst vor kurzem von EA aufgekauft wurden. Westwood Studios, die Macher von Command & Conquer, 1998 gekauft, 2002 gingen die Lichter aus. Maxis, die Damen und Herren hinter SimCity, da fiel 2015 der Vorhang. Pandemic, das Team hinter den ersten Star Wars Battlefront Titeln, 2009 war es vorbei. Es war schön mit euch. Und natürlich Visitoral Games. Die hatten sich mit Dead Space einen Namen gemacht und dann an einem Star Wars Action Adventure gearbeitet. Bis sie das ab 2017 nicht mehr taten. Erinnert euch zusammen mit mir zum Beispiel auch noch an Bullfrog, Blackbox Games, Dreamworks Interactive oder Mythic Entertainment. Ruhet in Frieden. Ich bin mir sicher, in vielen Fällen waren die Schließungen unumgänglich oder zumindest gerechtfertigt. Aber oft genug eben auch reinste Berechnung mit Blick auf kurzfristigen Gewinn. Spätestens Visitoral Games sorgte dann für absolutes Unverständnis unter Spielern. Die Teams heißgeliebter Spiele einfach so abzuservieren, das ist nicht nur für wartende Fans, sondern auch und vor allem gegenüber den Angestellten eine ziemlich miese Aktion. Und sonst so? Kündigte EA Spiele an, um sie bald darauf wieder zu canceln. Schaffte es in acht Jahren exklusiver Rechte, nur eine Handvoll Star Wars Spiele zu veröffentlichen, nicht alle davon toll. Boxierte damit vielversprechende Titel anderer Hersteller wie Star Wars 1313 ins Abseits. Verwurstete dereinst heißgeliebte Serien wie Dungeon Keeper und Command & Conquer zu unnötigen Cashgrip-Handyspielen. Entpuppte sich als einer der größten Übeltäter, was Echtgeldinhalte in Vollpreisspielen und andere Mikrotransaktionen angeht. Und, und, und. Also ja, man hat schon sehr, sehr hart am schlechten Ruf gearbeitet. Diese auf schnelle Gewinnmaximierung ausgelegte Strategie kann nicht lange gut gehen. Denn schlussendlich ist das wichtigste Kapital der zahlende, zufriedene Spieler. Und dass ein Titel wie Star Wars Battlefront 2 zum Release, gemessen an den Erwartungen, eine finanzielle Enttäuschung war, spricht Bände. Gut, am Hungertuch hätte EA auch dann nicht nagen müssen, hätte man diese Strategie einfach fortgesetzt. Dafür hätten FIFA und Co. schon gesorgt. Und, erneut mit Blick auf FIFA und dessen aggressive Bezahlinhalte, auch weiterhin ist das Unternehmen kein Musterknabe. Aber doch, eine Wandlung ist spürbar. Auf einmal kommt also doch mit Star Wars Jedi Fallen Order ein Singleplayer-Spiel zur Marke, obwohl zuvor noch gesagt wurde, die Fans würden so etwas nicht wollen. Und das noch dazu ganz ohne Mikrotransaktionen. Dasselbe bei Star Wars Squadrons. Und groß wird nun bei jedem Titel erwähnt, wenn dieser die Spieler nicht über den Tisch zu ziehen versucht. Das ist zwar eine durchsichtige Strategie, die zeigen soll, wir sind jetzt die Guten. Aber ich bin trotzdem glücklich, wenn sich mal was zum Positiven ändert. Und jetzt die große Erkenntnis und der Grund, warum ich diese Videokolumne aufnehme. Auf einmal erkennt EA, dass es nicht gut ist, Studios zu Entwicklungen zu drängen, die ihnen nicht liegen und von allen gehasste Spielelemente auf Teufel komm raus reinzupressen. Wer hätte das auch ahnen können? Dragon Age 4 darf nun ohne Multiplayer- und Live-Service-Elemente entstehen. Allen internen Teams wird mehr Entscheidungsgewalt bei ihren Projekten zugesprochen. Nun dürfen Studios also frei oder zumindest freier entscheiden, woran sie arbeiten wollen. Nicht direkt gesagt, aber so hoffe ich impliziert, teilweise extrem traditionsreiche Studios werden nun nicht mehr geschlossen, wenn am Ende des Geschäftsjahres noch ein paar Millionen an Einsparungen erwirtschaftet werden müssen. Ob all das reichen wird, um Electronic Arts irgendwann sogar zu einem Sympathieträger zu wandeln, bleibt abzuwarten. Und auch, ob diese großflächige Änderung im Gebaren auch irgendwann Melkkühe wie FIFA mit an Bord holt und sie von ihrer kunden- und freundlichen Gestaltung befreit. Die Erkenntnis, dass Kreativität und Qualität nicht gedeihen können, wenn absolut jeder Aspekt einer Entwicklung zu Tode reguliert wird, ist aber schon mal eine wertvolle. Ebenso, und hier spricht die Hoffnung aus mir, geht damit einher, dass mehr Rücksicht auf das Wohlegehen der Angestellten genommen wird. Dass etwa bei BioWare Angestellte teilweise bis zur Grenze der nervlichen Belastbarkeit geschunden wurden, Crunch Standard war und eine scheinbare Effizienz über allem stand, darf nicht mehr hingenommen werden. Jetzt ist er da, der Moment, wo ich mir von vielen Zuschauern die verbale Kopfnuss abhole. Ich hoffe, dass sich viele Studios und Hersteller an Electronic Arts ein Beispiel nehmen. Also natürlich nur dann, wenn dieses Neuverhalten denn Substanz hat und nicht in drei Monaten schon wieder nur eine schöne Erinnerung ist. Die Activisions und Blizzards, Ubisofts und wie sie nicht alle heißen dieser Welt, täten gut daran, mal weiter zu denken als bis zum nächsten Investoren-Meeting. Dann nämlich kann man sich etwas aufbauen, was Bestand hat. Und man verzichtet gleichzeitig darauf, als der auf die Erde herabgestiegene Teufel angesehen zu werden. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Schlussendlich macht destruktives Finanzdenken nämlich einfach alles kaputt. Die Freude der Spieler, die Lebensqualität der Entwickler, Erfolg und Ansehen der Hersteller. Und wenn sich all das umgehen lässt, indem man einfach moralisch und menschlich agiert, gibt es keine Ausrede, sich anders zu verhalten. Bin ich mit meiner Sichtweise naiv? Vielleicht, also wahrscheinlich. Aber manchmal tut es einfach gut, daran zu glauben, dass ich wirklich etwas zum Besseren verändern kann. Bedankt! 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 Vielen Dank.